Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Hast du die Pläne gesehen? Ich bin mal wieder unsicher, in welche Richtung ich laufen muss. Ich laufe aber richtig, tatsächlich. Es passiert mir jedes Mal, dass ich dann aus Versehen irgendein Zeichen wirke, wenn ich hier bin. Ich weiß auch nicht warum. Bei wen haben es geschafft, den Fluch einzudämmen? Der kommt nicht in den. Da sitze ich immer alle in Angst und Schrecken. Hi, abgeschlossen. Das ist wohl nicht der Eingang. Inge, Inge, Inge. Habe ich greifen, Silberschwert. Welches brauche ich denn? Muss ich jetzt gleich mal gucken. Brauche ich das verbessert oder brauche ich nochmal ein ganz normales greifen, Silberschwert? Ah, das muss ich gleich mal schauen. Das kommt erstmal rüber, das auch. Sonst haben wir keine Relikt-Schwerter mehr dabei. Und das hier ist alles nichts Außergewöhnliches. Ich kann jetzt auch leider nicht so viel mitnehmen zum Verkaufen, weil ich in Sicht schon sehr schwer beladen bin. Jetzt muss ich nur noch einmal schauen. Schema, äh, Handwerk hier. Überlegen, ich brauche das Verbesserte. Okay, ja, dann nehmen wir das mit. Verbessertes greifen, Silberschwert. Danke. So, Herr Wirt, was kann ich dir verkaufen? Hallo, hallo. Was duftet hier denn so? Ich weiß nicht. Was soll denn duften? Ich kann die Sättel verkaufen. Das ist doch schon mal was. Und das muss ich beim Schmied verkaufen. Jut. Irgendein anderer Kram. Ah, die Trophäe kann ich noch ins Lager tun. Ich wollte, äh, Gegenstand ist unverkäuflich. Aber nur bei ihm, oder was? Handwerkzutaten zerlegt werden. Gibt es irgendwas, was ich nicht zerlegen kann? Ja. Ich kann eigentlich immer alles zerlegen, ne? Deshalb. Welche Questgegenstände? Deshalb, ich will gar nicht unbedingt was verkaufen von den Sachen hier, weil ich mir immer denke, ne, vielleicht braucht es für die Rüstungsherstellung. Was kann man aus Fleisch machen? Was kann man aus dem ekelhaften Fleisch machen? Was ich mit mir rumtreibe, die ganze Zeit? Einfach so. Einfach Gammelfleisch. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Die ganze Zeit will ich mir rumtragen. Entschuldigung, ich muss nochmal, äh, Bier über die Tische. Verzeihung. Ähm, einmal die Trophäe noch hier reinpacken. Gut. 174 von 190. Vielleicht kann ich doch noch das ein oder andere mitnehmen. Das scheint nicht besonders zu sein. Ich hoffe, ich kriege auch alles bei dem Verkauf. Jetzt, ich hoffe, der hat ohne Geld der Schmied. Die alten, ganz alten Hexer-Schwerter würde ich auch mal behalten. Die sind alle special, glaube ich. Außer die nicht. Ne, also der kann man so viel von nicht speziell. Da kann ich mal was mitnehmen. Verkaufen. Ein bisschen Lager ausräumen hier. Oh, das war zu schwer. Dann doch das wieder rüber. So. Jetzt kann ich laufen. Dann wollen wir wieder zurück. Zum Schnellreisepunkt. Morgen hat meine kleine Normung Geburtstag. Ich frage mich, ob man von hier aus irgendwie zu den Fragezeichen kommt. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Ja, ja, ja. Alles gut. Ähm. Ja, das will ich auf jeden Fall. Ja. Oh nein. Ach, er ist Rüstungsschmied. Oh. Er kann mir das Schwert nicht machen. Na toll. Dann. Dann werde ich dir nur einmal ein paar Sachen verkaufen. Zumindest das. Aber genug Geld kann dazu haben. Ja, okay. Okay. Vielleicht auch nicht. Mann. Verwendete Ausrüstung reparieren. Ich wollte doch mal ein paar Sachen loswerden. Dann muss ich gleich zum nächsten reisen. Hm. Irgendwas, was ich für das Geld verkauft kriege. 24. Nee. Das kostet alles mehr. Ja, schade. Äh. Da muss ich wohl woanders hin. Oh. Ciao. Wiedersehen. Du bist nur ein Rüstungsschmied. Verdammt. Was bloß aufwärmen. Trotzdem mal aufwerten. Hm. Da muss ich mal gucken, wo ich hin kann. Ich verstehe nicht, wieso mir nur der eine Ort angezeigt wird. Verstehe ich immer noch nicht. Super merkwürdig. Dann. Entschuldigung, auch für das Räuspern gerade die ganze Zeit. Aber. Ich habe echt. Hat Schleim im Hals oder sowas. Okay, wo hatten wir denn? Wo hatten wir denn? In Rannweig. Nee. Arimjorn. Rüstungsschmied. Da bin ich sowieso sehr beliebt. Was ist hier? Da war doch auch einer. Wieso wird er mir nicht angezeigt? Ich war doch schon bei dem. Ich gehe da noch mal hin. Todmüde, wie? Jo. Das. Rüstungsschmied und Schmied. Bist du, kannst du dann Waffen schmieden? Wieso kann ich nicht mehr mit ihm reden? Doch, kann ich. Was ist denn? Wie er gerade aufgestanden ist. Der macht. Ich möchte, dass du mir etwas herstellst. Gut. Zeig mir, was du willst. Es ist einfacher, wenn ich was zu tun habe. Du machst auch nur... Nee, du machst Schwerter. Ja, Gott sei Dank. So. Ich habe sogar alles da. Das ist ja perfekt. Sehr gut. Sehr gut. habe ich noch steine drin so dann dem wir das getan haben hoffen doch bitte noch ein paar sachen ab hier ich muss mich dringend erleichtern es wird knapp aber fast alles verkauft alles gute ja dann packen wir doch mal schon mal das bessere silberschwert drauf und hätten noch platz für einen rohnen stein das ding ist ab stufe 29 haben wir glaube ich schon wieder die katzen sachen das ist ein großer den ich zweimal habe und Ich würde natürlich trotzdem gerne einen guten reinpacken. Begiften, einfrieren. Ja, warum nehmen wir denn nicht sowas? Warum mit Haumeln kommen? Ja, da rein, genau. Mh, wunderbar. Das habe ich aktuell leider gerade aus irgendeinem komischen Grund. Nur diesen einen Anhaltspunkt. Aha. Und gar keinen Punkt in der Nähe. Hm. Aber ich würde das schon gerne machen. Das heißt, wir haben eine kleine Reise vor uns. Aber wir könnten auch von hier aus, mit dem Schiff, könnten wir da hin. Obwohl es natürlich auch gut wäre, vielleicht hier einmal das Anschlagbrett mitzunehmen, falls wir hier noch mehr Fragezeichen haben. Deshalb vielleicht reisen wir einmal nach Boxholm und dann da hin und gucken, wie wir dann da hochkommen. Was? Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich hier war. War hier das Bies? Ich glaube schon. Ja, ja, das war hier. Ja, gut. Jetzt über den Weg hier, oder was? In die Richtung? Mal gucken, welche Richtung. Ja, die Richtung sieht gut aus. Einmal da den Weg entlang. Jetzt ist Plötz doch wieder da. Oh Gott. Schon wieder so einer. Ach, Leute. Oh mein Gott. Der ist ganz schön akku. Mensch, Mensch, Mensch. Er will den gleich aggressiv werden. Alles gut. Ach, da sind wieder die Pferde, Freunde. Schön. Ach, so ein Schneckenhaus-Ding. In die Richtung. Hallo? Ja, ja. Oh, ich wollte gar nicht absteigen. Oh, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zum Anschlagbrett? Äh. Hier offenbar nicht. Neue Markierung. Ach, ist das so? Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht. Wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Yenge Fred höchstpersönlich. Noch nie gehört. So, so. Und wozu braucht der berühmte Yenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Okay, die traurige Geschichte der Großbartbrüder. Jetzt habe ich extra was getrunken und es ist gefühlt noch schlimmer. Mensch. Ja, spannend. Okay. Das ist aber wohl eine Sache für später, weil ich möchte erst Rüstung haben. Oh nein, keinen verprügeln, Geralt. Oh, das ist sogar noch ein neuer Auftrag. Vorsicht vor dem schwarzen Widder. Vorsicht vor dem schwarzen Widder, der einem mächtig das Hinterteil versohlt, wenn man es ihm zuwendet. Ziodi. Widerkopf gesucht. Hat jemand einen Widerkopf zu verkaufen? Ich brauche einen als Alkohler. Floki. Ja, aber besser nicht bei dem schwarzen Widder versuchen. Beschluss des Ältestenrats. Der Ältestenrat hat folgendes mit folgendem Beschluss gefällt. Wenn jemand eine Stute verleiht und die Stute ein Fohlen wirft, gehört das Fohlen dem Besitzer der Stute. Der Besitzer des Hengstes jedoch hat das Recht auf eine halbe Kübel Milch, solange die Stute Milch gibt. Über Chordis. Viele junge Männer haben mich darum gebeten, meine Chordis zur Frau nehmen zu dürfen. Aber ich sage ihnen allen dasselbe. Chordis wird ihren Gemahl selbst wählen und ich werde mich ihrem Wunsch nicht widersetzen. So geht und sprecht mit ihr und lasst mich endlich in Ruhe. Glück hier. Ist es ein Omen? Ich habe gestern einen zweiköpfigen Kabeljau gefangen. Ein Zeichen der Götter? Ich weiß nicht, ob ich ihn räuchern oder zu den Druiden bringen soll, damit sie ihn sich ansehen. Halli. Auftrag. Vermisste Bergleute. Dies wird den meisten nichts Neues sein, aber ich wiederhole es für die Unwissenden. Ein paar unserer Männer sind auf der Suche nach Erz in die Berge gezogen und nicht zurückgekehrt. Sie müssen in Schwierigkeiten geraten sein, und zwar in Ernste, die sie als zapfere Krieger nicht lösen konnten. Daher suche ich einen Mutigen, der herausfindet, was ihnen zugestoßen ist. Wem dies gelingt, der soll so viel Gold erhalten, wie es sein Ruhm verdient. Jahre ältester von Blandare. Ja, mit dem können wir ja zumindest noch sprechen. Wenn wir schon mal hier sind. Äh, ja. Festverfolgen. Danke. Wo ist denn der Dorfälteste? Guten Tag. Ach, ist das auch mitten in der Nacht? Wir haben es auf den Inseln kaum Fremde. Ja. Jetzt bin ich aber da. Sei gegrüßt, Hexer. Okay, seine Stimme hat offenbar gerade das gleiche Problem wie meine. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Ach. In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen. Für unsere Überfälle haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Ich muss sie wohl suchen. Das wird Zeit und Geld kosten. Solange es nicht zu teuer wird. Ja, schauen wir mal. Ich kann noch ein paar Kronen da auflegen. Zum Besten unserer Jungs. Sei es drum. Abgemacht. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber. Dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Gerne doch. Gerne doch. Okay. Wir wollen aber erst mal... Ach. Das ist natürlich auf dem Weg, ne? Wenn wir diesen Weg gehen. Ja gut. Dann machen wir das. Was ist das für eine Stufe überhaupt? 27. Okay. Dann vielleicht noch die zwei Fragezeichen vorher mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Weil die sind ja nicht so weit weg. Aber trotzdem will ich schnellstmöglich die Schatzsuche abschließen, um die Sachen zu haben. Was hat jetzt hier los? Habe ich Zeit zu lesen? Notizen eines Händlers. Sonnenuntergang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie so gut auf mich achtet. Ja, das hat ja wieder gut geklappt. Das war der Schatz. Na gut. Sollen wir die noch erledigen? Okay. Okay. Ich habe aber noch gar nicht die Schatztruhe gefunden. Ja dann. Müssen wir natürlich sowieso noch hin. Hätte ich erst gar nicht gesehen. Aha. Dankeschön. Dankeschön. Ach nö. Bär. Na komm schon. Verdammt. Es tut mir leid. Ich mag das nicht. Bären und so zu töten. Ach so. Jennifer, nee. Komm, Plätze. Wir wollen einmal um den See hier rum und gucken, was da ist. Hallo. Ach, hi. Mal jetzt mal aufgeblocken. Hey. Ja, die haben natürlich wieder an der Hand an minderwertigen Waffen dabei. Wenn wir da verkaufen können. Wo ist die Person? Die Götter siegnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause. Es ist nicht weit. Ach, jetzt wieder die Geschichte. Ah, da ist er. Mein Befreier. Mein Retter. Ich bin wieder bei meinen Leuten. Dank dir. Gerne, gerne. Ach, du spielst Wind. Ja, okay. Zeig mir, was du hast. Aber ich habe gar kein Geschenk von dir bekommen. Was soll das? Ich dachte, ich kriege ein Geschenk. Das macht mich jetzt traurig. Ist er denn irgendwas? Hm. Wahrscheinlich wirklich nichts, was ist. Aha. So, Vollmond nutze ich eigentlich nicht. Hm. Nutze ich meistens auch nicht. Aber er hat nur eins. Och, komm. Ich bin doch verarscht. Eine Katze. Nee, uns fehlt immer noch die Möwe. Ich weiß nicht, wo ich den entsprechenden Likör dafür kaufen soll. Wie sieht es damit aus? Wie viel Gras? Nee. Die haben alle nicht. So ein paar Sachen gibt es immer, die die nicht haben. Der Bedo. Ichtrass sie nicht so. Ugh. Ich trwehe. Ja. Ich schraub dich. Ich schraub dich. Ich schraub dich, ich schraub mich. sind das sachen was sind das so sachen hier sowas kaminen und so ein kram brauche ich auch überall die möwe für albedo da ich brauche die weiße möwe das ist unerlässlich dafür brauche ich likör warum sagt man denn keiner das schon wieder die folge rum ist eigentlich ja dann müssen wir wohl den rest auf das nächste mal verschieben spielen vielleicht noch mal eine runde wind gegen den den wir gerade gerettet haben und dann geht es weiter dass wir uns auf den weg machen zu den schatzsuchen bis dahin macht es gut und ciao und dann geht es weiter